Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute wollen wir uns Schnee bauen, zumindest den ersten Teil davon, denn Schnee ist ja ein bisschen was Spezielles. Schnee ist ja eigentlich sowas wie, naja, nicht überall. Und zwar wenn ich mir jetzt diesen Block hier angucke, dann würde ich mal so behaupten, normalerweise ist das ganze Ding, es kann natürlich alles aus Schnee sein, aber der Standard würde eher sein, dass unser Schnee hier oben drauf liegt und dann immer so nach unten so ganz klein bisschen abläuft und dann sieht man hier unten aber schon noch diesen komischen Stein. Das heißt, es ist ganz leicht verschneit. Und da spricht man von sogenannten Layered Materials und die werden wir dann das nächste Mal machen. Dieses Mal kommt eben nur der Schnee sozusagen als normales Material und wir brauchen aber für dieses Layered Material, was wir nächstes Mal machen wollen, Schnee nicht nur in Form von einem Material, sondern einer Material Function. Und wir müssen auch diesmal ein bisschen rumtricksen mit den Materialien, weil wir kein Material hier haben, was wirklich eigentlich Schnee ist im Starter Content, aber das kann man sich basteln. So, das heißt nicht hier einfach Material nehmen, sondern wir gehen hier unter Materials and Textures und dann finden wir hier die Material Function und die brauchen wir dann eben. So, wir nennen das ganze Ding jetzt einfach mal Schnee und können hier starten. So, wir sehen es ist ein bisschen anders, aber der Output ist auch sozusagen ein Material, aber wir haben jetzt hier die Möglichkeit Make Material Attributes zurückzugeben. Das heißt, wir geben eigentlich Material Attribute zurück und nicht das Material selbst. Das heißt, aus einer Material Funktion könnt ihr euch sofort wiederum ein Material bauen, aber aus, ja wobei doch andersrum müsste es auch gehen. Okay, aber wie gesagt, wir brauchen das ganze als Material Funktion, ihr könnt aber auch jetzt das ganze einfach als stinknormales Material mitmachen und das so machen, wie ich es in den letzten paar Videos erklärt habe. Die Felder hier sind im Endeffekt die gleichen, also Base, Color, Metallic werden wir brauchen, dann brauchen wir noch Roughness und wir brauchen Opacity. Und ja, genau das ist eigentlich dann auch schon alles. So, jetzt möchte ich zunächst einmal die Texturen hier reinziehen, die wir brauchen und die finden wir logischerweise wieder im Starter Content und unter Textures. Und jetzt habe ich mich hier mal ein paar rausgesucht, die vielleicht ganz gut aussehen und zwar einmal Moos. Ja, ich weiß, hört sich seltsam an, ist aber auch tatsächlich nur der normalen Wert und wenn wir uns diesen normale von Moos mal angucken, dann sieht das eigentlich schon so ein bisschen aus wie, naja, einfach Rauschen. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut. Und dann hier die T-Macro Variation, sieht eigentlich eher aus wie Bettung, ist aber eigentlich ganz gut geeignet für das, was wir vorhaben, nämlich so als Farbe tatsächlich. Und ja, das werden wir jetzt hierfür benutzen. So, jetzt haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen, wie gesagt, das hier wird nur eine Schicht davon, das heißt, das ist quasi unser Schnee, der oben drauf ist und jetzt können wir hier alles sozusagen einstellen. Ich würde sagen, wir fangen hier drüben einfach mal an und zwar mit Metallic, Metallic, ich brauche eine Konstante, naja gut, Konstant. Wie metallisch ist denn wohl Schnee? Okay, naja, Schnee liegt im Periodensystem in den Metallen, nein, natürlich nicht. Schnee ist Wasser, also metallisch null, also gar nicht metallisch. Das ist schon mal gut. Das war der leichte Part, jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Und zwar müssen wir jetzt erstmal, ich würde sagen, wir fangen mit der normalen an, die ist das hier. Okay, so, was wir hier jetzt machen wollen ist, wir multiplizieren diese normale. Warum machen wir das? Das ist sozusagen der Trick, damit die normale nicht ganz so krass ist. Das heißt, wir sagen, wir wollen den Blau-Kanal stärker haben, das heißt, wir drehen, also blau, ihr wisst ja, blau ist Standard, also wenn es blau ist, dann ist alles normal. Und indem wir den Blau-Kanal verstärken und die anderen Kanäle dadurch automatisch verschwächern, sagen wir automatisch auch, wenn irgendwas nicht blau ist, dann wird es ein bisschen mehr Richtung blau. Und dadurch biegen wir die normalen wieder so ein bisschen zurück. Das hat zur Folge, dass der Schnee ein bisschen schneeiger aussieht einfach, also quasi, dass es nicht so stark abstrahlt sozusagen. Und genau das haben wir vor, mit einem Dreiervektor müssen wir diesmal multiplizieren. Und zwar sind die Werte hier 1, 1, ups, nicht 11, das wäre zu viel, zu viel, viel, zu viel, zu viel. Ähm, und 2, damit, also wie gesagt, der letzte Wert ist der Blau-Wert, R, Rot, G, Grün und B, Blau. Das heißt, was wir hier jetzt haben, ist tatsächlich einfach ein bisschen bläulicher als, äh, als normal. Man sieht jetzt hier trotzdem nur weiß, denn 1, 1, 1 wäre voll weiß und weißer als weiß geht es nicht. Deswegen Farbe stimmt hier jetzt nicht gerade so optimal, aber es ist einfach nur ein Wert. Ähm, deswegen kann man das auch eigentlich so einklappen. So, und jetzt müssen wir das Ganze logischerweise drauf multiplizieren, multiply, und zwar, worauf muss man das drauf multiplizieren? Naja, einmal haben wir hier den Vektor und einmal haben wir hier oben die ganz normale Texturfarbe, die wir hier draufziehen können. So, und das wiederum, meine lieben Damen und Herren und Kinder und sonstige Leute, ähm, ich will hier niemanden ausschließen, logischerweise, äh, haben wir hier unter normal. So, wunderbar, das ist schon mal der Teil. So, und wir sehen jetzt, es sieht eigentlich schon echt, es sieht komisch aus, es sieht aber auch irgendwie geil aus. So wie, so wie alter, richtig alter Tear, der irgendwie so zusammengebloppt ist. Warum weiß ich, wie alter Tear aussieht? Naja, okay. Ähm, gut. Jetzt, nächster Schritt, wir wollen hier noch mit Opacity arbeiten. Äh, nee, stopp, wollen wir gar nicht. Wir wollen mit der Roughness und mit der Base Color arbeiten. Opacity brauchen wir doch gar nicht, brauche ich, brauche ich überhaupt nicht. Ähm, Schnee ist ja nicht wirklich durchsichtig in dem Sinne. So, und ich würde sagen, wir fangen mit der Roughness an. Die ist nämlich auch nochmal ein bisschen leichter. Und da ziehen wir uns einfach, ähm, wir lerpen mal wieder. Also wir wollen einen Wert zwischen 0,3 und 0,6. Ähm, genau. Hier die lineare Interpolate oder Linear Interpolate, ähm, wenn man es richtig aussprechen würde. So, und die wird uns am Ende unsere Roughness ergeben. Äh, ich schiebe die nur mal ein bisschen weiter hoch, damit man hier auch klarkommt drauf. So, okay. Jetzt, was ist der Alpha-Kanal? Witzigerweise, der Alpha-Kanal, den wir haben wollen, ist der Rot-Kanal unserer Textur hier. Das hatten wir schon mal so gemacht. Ähm, dazu einfach bitte meine alten Videos angucken. Und jetzt wollen wir zwischen 0,3 und 0,6, ähm, variieren. Und das heißt, wir sagen hier Konstante 0,3. Also alles, was kleiner als 0,3 ist, wird zu 0,3. Und alles, ähm, ja, genau, 0,6. Ich brauche einfach noch eine Konstante. Sorry. Jetzt. Okay. Ähm, B ist dann 0,6. 0,6. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also es sieht schon, ja, es sieht eigentlich ganz nett aus. Abgesehen davon, dass es komplett schwarz ist. Warum ist es wohl komplett schwarz? Weil wir die Base-Color nicht gesetzt haben. Ah, wer hätte das wohl vermutet. Naja, gut. Also, nächster Schritt, Base-Color setzen. Der wird jetzt richtig heftig. Und zwar werden wir sowas wie Fuzzy Shading benutzen. Was ist Fuzzy Shading? Ähm, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Und zwar kann man damit so ein bisschen, ähm, Man kann damit simulieren, dass die Textur nicht so dunkel wird. Das heißt, wenn wir zu viel Licht drauf werfen, kriegen wir auch ziemlich starke Schatten. Logischerweise viel Licht, viel Schatten. Ist tatsächlich so. Und, ähm, jetzt kann man aber sagen, Schnee ist jetzt nicht unbedingt dunkel, denn der reflektiert ja in sich noch ein bisschen. Das kann man aber nicht so gut modellieren. Und deswegen versucht man das Ganze mit Fuzzy Shading. Ähm, das heißt, wir sagen einfach, ähm, wir wollen es weniger, ja, weniger dunkel machen. Und das Licht versucht so zwischen den einzelnen, äh, Schneeflocken hin und her zu bouncen. Und das versucht eben Fuzzy Shading ein bisschen zu modellieren. Wie gesagt, es ist nur ein Versuch. Man kann auch menschliche Haut einfach heutzutage noch nicht perfekt modellieren. Das fällt euch vielleicht auf. Und man kann auch eben, äh, Schnee nicht perfekt modellieren. Aber es sieht ziemlich gut aus für Schnee, für Moos. Äh, wie gesagt, wir haben hier unten auch die Moos-Textur benutzt. Ähm, ja, das ist das, was wir jetzt machen wollen. Und dazu müssen wir erstmal hier was potenzieren. Und zwar Power von, so, und jetzt Base-Wert ist das hier. Und der Exponent, also x, also das, was aus der Textur rauskommt, wird hoch irgendwas genommen. Und da brauchen wir wieder mal eine Konstante, und zwar 0,3. Ähm, wo kommt der Wert her? Der Wert, den habe ich mir wohl abgeguckt. Ganz simpel. Äh, stopp. Hier 0,3. So, okay. Und jetzt wollen wir das Ganze eben ins Fuzzy Shading reinstopfen. Und dazu gibt es eine wunderbare Funktion, nennt sich Fuzzy Shading. Wer hätte es gedacht? Es gibt auch eine extra Funktion für Fuzzy Shading und Grass, äh, also Grass im Endeffekt. Ähm, aber die werden wir jetzt hier für Schnee logischerweise nicht brauchen. So, ähm, und ich werde das Ganze jetzt mal hier als, äh, Konstante für... Also man braucht natürlich noch die Core Darkness. Constant und Constant und noch eine Konstante. Konstanten für alle heute, gratis im Angebot. Wunderbar. Okay, also die, äh, Core Darkness, also wie dunkel ist es in meinem Inneren, ist logischerweise 0, weil Schnee verdammt hell ist. Also er ist weiß im Endeffekt. Und deswegen ist es gar nicht, äh, gar nicht dunkel. Dann Potenzen, äh, brauchen, oder die Stärke, ähm, brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr hier. Und dann die Helligkeit an der, äh, an der Kante. Ist immer schwierig gleichzeitig zu tippen und zu übersetzen und zu erklären. Ähm, die ist 0,5. Die haben wir auch tatsächlich einfach so gesetzt. So, und jetzt multiplizieren wir das Ganze noch mit anderen Werten, die ich mir auch abgeguckt habe. Ja, ich gucke mir viel ab, ähm, aber klar. Diese Werte hier, die kommen nicht von irgendwo her. Das sind einfach, naja, das sind nicht Werte, die ihr selber rausfinden könnt, außer durch ausprobieren, was halt am besten aussieht. Und da kann man sich auch ganz gerne mal von Profis oder Google, oder man googelt nach Profis, kann man sich auch einfach mal coole Werte raussuchen. Und die sehen eigentlich auch ziemlich gut aus. Und ihr könnt die natürlich auch einfach von mir jetzt übernehmen. Ich bin da, also ich würde mich freuen natürlich, aber ich habe sie auch nur abgeguckt. Ähm, und zwar von den Unreal Documents. Das heißt, ihr könnt da auch einfach mal reingucken. Man muss ja natürlich immer eine Quelle angeben. Ähm, aber ich denke, die Unreal Documents wissen, was sie tun. So, okay. Ähm, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir multiplizieren das Ganze so ein bisschen mit einem leicht bläulich-weißen Ton. Klar, ihr könnt natürlich hier die Farben anpassen. Wenn ihr dann einen relativ gelben Ton hier macht, dann ist es halt Pipi-Schnee. Ähm, aber das wollen wir nicht auf unseren ganzen Objekten drauf haben. Das wäre ja eklig. So, und das multiplizieren wir jetzt hier drauf. Und, wundervoll. So, und jetzt haben wir hier eine Base Color, die wir hier zurückgeben können. Und jetzt sieht unser Schnee schon ziemlich schneig aus, würde ich mal so behaupten. Und das mache ich jetzt einfach mal hier auf eine Fläche. Das sieht auch ganz gut aus. Und genau dieses, dieses, ähm, was wir hier so sehen, dieses Griselige, das ist eben genau das, was durch das Power und das Fuzzy Shading gekommen ist. Ähm, was auch wirklich geil aussieht eigentlich. So, und ja, nächstes Mal geht es dann eben weiter. Also, wie gesagt, ihr könnt diesen ganzen Kram jetzt einfach nehmen, als Material speichern und dann eben draufziehen. Und, ähm, was wir aber nächstes Mal machen werden, ist, wir wollen, dass das Material nur hier oben drauf landet. Und der Rest dann wiederum Brick, also Block, ist ganz normaler Block. Und ja, das ist es von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.